Hallo Leute! Willkommen zu LittleLuki Escapes from Hell. Oh, so, es ist kein TV, kein Internetweb. Mein Leben ist so boring. Okay, geiles Intro. Ähm. Okay. So. Ähm, ja, ich bin gestorben. Next. Ja. Achso, okay. Okay. Geiles Spiel, muss ich zugeben. Was, ein Schwein? Ein Riesenauge. Riesen-Augen-Time. Ähm. Ja. Geschafft. Next. Saving. Dummes Schwein. Roing, roing, roing. So. Die Steuerung ist ein bisschen beknackt, aber was soll man machen? Geil dich mal etwas. Mann. Schwein, Schwein. Leben, Leben. Will ich Leben haben? Ja, ich will Leben haben. Saving. Oh, na, la, 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 la. Geil. Oh, zieh. Zieh, Loki, zieh. Loki von One Piece. Ja, er ist in der Hölle gelandet. Und jetzt muss er seine... ...dein tägliches da sein. Scheiße. Scheiße. Ja, ich hab's auch schon verstanden. Hey. Mann, der klingt so schwul. Wie Loki von One Piece. Ja. Ihr wusstet es bestimmt nicht, aber er ist schwul. Er war mit... Ähm, wie hieß der nochmal? Der, der Lissops, ähm, Verschnitt da. Ähm, wie hieß der wieder? Keine Ahnung. Hi. Geile schwule Sau. Mann, next. Hi. So. Jetzt muss ich Skills zeigen. So. So. Perfekt. Ich habe Skills. Das habt ihr jetzt gesehen. Das ist der pure Beweis, dass ich Skills habe. Nö, 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 nö. Ey, das leckt voll. Okay, wie viel gibt es denn noch? Okay. Ist das etwas heftig hier? Muss man ein bisschen beeilen. Wieso? Ach, scheiß, falsche Seite. Komm. Ich werde noch hier rauf hier. Komm, schnell rüber. Danke. 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 Boah, geschafft irgendwie noch. Komm, das schaffe ich doch. Luki schafft es. Dreckschwein. So. So. Und so. Geschafft. 25 Punkte mehr. Saving. Hä? Ach, stirb, du Mastschwein. So. Hä? So. So, danke. So. Komm. Ach, komm her, du. Das leckt so doll. Das ist nicht gut, wenn es leckt. Oder das Spiel leckt einfach so. Es leckt einfach ohne Grund, um mich zu ärgern. Rassistenspiel. Oh. Oh, scheiße. Jetzt bin ich in der Pedrouille. Komm. Komm. So. Komm, das schaffe ich doch. Das schaffe ich doch. Das ist nicht so schlimm. Wie viele Stages gibt es denn? Wie viele Stages gibt es? Ich habe bisher... Okay. Aber komm her. Komm her, Mastschwein. Okay, ich muss da rein, glaube ich. So, okay. So. So, so. Ja, geschafft. Das war ein kurzes Level. Go, Loki. Oh, go, go, go. Go, Loki. Go, Loki. Go, Loki. Go, Loki. Okay, komm. So. Oh, knapp, knapp. So. Du Dreckschwein. Komm, beeil dich hier mal. Komm. So. Geschafft. Okay. Was kommt denn jetzt? Okay. Ich ahne nichts Gutes. Ich weiß nicht wieso. Aber ich habe so ein ungutes Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Du scheiß Auge. So. 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 Das war ein Fehler. Okay, das steigt langsam auf. Oh, das hat mich nicht getroffen. Wie viele Stages gibt es denn hier, bitte? Ich will auch langsam meine... Mach's, Schwein. Poker. Final Imagine, da hat sie kaputt gelacht. Haha. Poker. 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 Komm. Hä? Was ist das für dämliche Scheiße? So. Komm, durch. Ey, wir machen hier oben was sehen hier. So. Okay. Ja, verdammte Scheiße, du. Komm. Du bist ja noch acht Minuten gespielt. Das kommt mir für die... Wie eine Ewigkeit vor. Ja, das ist ja klar. Das ist die Hölle. Komm mir eine Ewigkeit vor, dass du hier drin bist. Was sage ich denn da? So. Komm. Okay, das ist in meiner Nähe, das Scheißfeuer. Ja, scheiß drauf. Ist mir egal, ob du mich verletzt. Ich werde weiterleben. Und gegen dich kämpfen. Für immer und ewig. So, so. So, so. So. Ach, leck mich. Geschafft. Okay, das geht immer noch weiter. Oder gibt's hier kein... Oder gibt's hier kein Ende? Bestimmt gibt's hier ein Ende. Das kann nicht sein, dass es... Das kann nicht sein, dass es hier kein Ende gibt. Oder heißt das nur, die Hölle hat kein Ende? Und das weiß Luki nicht. Nur wir wissen das. Hm. Wieso leckt das so... Komm. So. Ähm, ja. Das war ein schneller Tod. Luki, der Game Master. Achso. Okay, langsam wird's schwierig hier. Ey. Komm. Boah, das war knapp. Boah. Ah. Du Dreck. Warte, das... Die Lava kommt immer näher und näher. Heißt das vielleicht, dass ich bald am Ende bin? Heißt das vielleicht, dass es nur 20 Stages hier gibt? Und wieso leckt das hier so? Kann das mir einer erzählen? Ich will Antworten haben. Hä? Achso. Ach, scheiße. Wieso merke ich das nicht? Komm. So. So. Ey, Leute. Tut mir leid, wenn es so Männer bei euch leckt. Aber so ist es halt. Dieses verdickte... Verdammtes Spiel. Das Spiel ist geil. Muss ich zugeben. Obwohl es verfickt ist. So. 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 Okay, komm. Ne, ne, ne. Oh, das war knapp. Ähm, ja. Verdammt. Ja, Luki. Ich hab's verstanden. Ich hab dein Schmerz und Leid alles verstanden. Du brauchst ja nicht extra rumzuschreien. Hä? Ey, next. Nö, 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 nö. Achso. Deswegen. Ich hab einen falschen Knopf gedrückt. Um zu springen. Komm. So, so. So, so, so. So, so. Okay. Hä? Hey, Mann. Verdammt. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich will jetzt nur nicht sterben. Da muss ich alles von vorne machen. Kein Bock drauf. Dann ist das Let's Play hier, das Minispiel hier vorbei. Komm. Komm. Ey, leck mich. Ey, wieso kacke ich jetzt rein? Boah. Komm. Komm, komm. Ich bin Facebook. Facebook Let's Player. Voll live. Okay. Okay. Wieso komme ich jetzt nicht mehr da hoch? Ey, wieso kann ich das nicht mehr? Und wieso stelle ich mir so viele Fragen? Ey, das ist doch da... Leck mich. Oh, ein verficktes Leben hab ich noch. So. 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 Okay. Ein Leben dazubekommen. Sehr großzügig von euch. So. 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 Okay. Komm langsam hier durch. Komm. Okay. Okay. Ah, scheiße. Geschafft. Boah, das war langsam schwieriger und schwieriger. Du machst Schwein. Ey. Okay. Halt die Fresse, du Scheiß. Komm, spring weiter. So. So. Ey, das ist doch... Scheißauge. Mann, oh Mann, oh Mann. So. 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 Männer verarscht. So, 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 so. Ey, Mann. Es gibt... Ach, Leute. Es ist vorbei. Ich hab keinen Bock mehr nochmal. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mini-Spiel. Tschüss.